Meine Damen und Herren, letzte Woche, letzte Woche war ich zum ersten Mal auf dem Eis. Da gab es ja mein Training mit Kevin Kuske zusammen, ja, für die WOC-WM. Sie wissen ja, die ist schon am 12. November um 20.15 Uhr live auf ProSieben. So, das Training hat super funktioniert, alles prima eigentlich. So, jetzt brauchte ich aber doch tatsächlich noch das medizinische Okay, dass ich tatsächlich an der WM teilnehmen darf. Also bin ich natürlich zum Arzt und hab mich da auf Herz und Nieren prüfen lassen. Hallo, ich bin hier heute bei Prof. Dr. Kurscheidt und der testet mich mal auf Herz und Nieren, ob ich überhaupt tauglich bin, an der WOC-WM teilzunehmen. Außerdem, total cool, ist auch noch ein Adipositas-Zentrum. Ey, mein Laden. Hallo. Ja. Herr Kurscheidt. So. Prof. Dr., Entschuldigung, so viel muss ich sagen. Reinspazieren. So viel muss ich sagen. Bitte sehr. Dankeschön. Bei Ihnen liegt die WOC-WM an. Genau. Und ich muss jetzt von Ihnen attestiert bekommen, dass ich tatsächlich jung genug, fit genug, bereit genug für diese WM bin. Wir fangen damit an, dass ich Ihnen ein paar Fragen stelle. Ja, haust du mit. Wie viel Sport machen Sie pro Woche? Ab wann ist es Sport? Ja, sagen wir mal so, 20 Minuten den Puls ein bisschen höher bringen. Flottes Walken. Ne, manchmal zweimal die Woche mache ich im Fitnesscenter Sport. Wie sieht es sonst mit Lebensstil aus? Alkohol, Kohlenhydrate? Alkohol kann ich sehr gut. Wie sieht es mit Ausdauer aus? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich habe einen Hund. Okay, ich spazieren gehen. Ja. Ich würde sagen, dann legen wir los. Ein Füßchen. Mhm. Und lenken muss ich auch? Noch nicht, noch nicht. Jetzt Grip on, jawohl. Jetzt rausziehen, ganz entspannt stehen. 87,5 Kilo. Topgewicht. Ist ein Topgewicht, ne? Idealgewicht, ganz wirklich. Ich habe schon viel gehört. Das soll ja das beste Gewicht von allen sein. Ihre Waage heißt Tanita. Die heißt Tanita, ja. Die kommt aus Japan. Deswegen heißt die so. Ja. Hier sehen wir oben Körperfett. 16 Kilo Fett. Ja, ja, das ist doch gut, dass man eine kleine Reserve hat. Das ist eine kleine Reserve. Das sind doch was hinter, so acht Schlangen bis Kien an meinem Körper. Jetzt geht es hiermit weiter. Spiro Ergometrie, also EKG. Tut mir leid, dann müssen wir jetzt alle töten. Super, dann geht es jetzt los. Anfangen zu treten. Das ist jetzt erstmal ganz leicht und das steigert sich langsam, unbarmherzig. Ja, das sieht aus wie Tom Cruise in Top Gun, oder? Nevermind. 200 Watt. 270 Watt. Also soll wäre schon erreicht. Alles, was wir jetzt mehr machen, ist drüber. Würde ich auch versuchen, ne? Also wirklich an die Leistungskette gehen. 300 Watt. Das ist eine richtig gute Leistung ab jetzt, muss man sagen. Ja. 325 Watt. Jawohl. Endspurt. 26, 27, 32, 33, 33, 34 Watt, 35. Ich muss sagen, das wäre das drittbeste Ergebnis dieses Jahres hier. Jawohl. 337 Watt. 337 Watt. 337 Watt. 337 Watt. 300 Watt. Alle Piercings raus. 467 Watt. Und dann geht's los. Tobi Heim. Test, Test, Kurschei, Test. Ja, läuft. Jawohl. Test, Test. Alles klar. Ja, das ist nicht over. Klasse. Und los geht's. Das ist aber geil. Ach du Scheiße. Leute, ist das kalt. Ich glaube, ich habe harte Nippel. Das sind jetzt 60 Grad. Ja, genau. Minus 60 Grad. Jetzt ist die Minute schon vorbei. Bitte rüber gehen. Ja. Ach du Scheiße. Das ist viel kälter. Am besten ein bisschen bewegen. Genau so zum Beispiel. Sehr gut. Man sieht auch, dass die Haare schon frieren an den Armen. Ja, das wird immer weißer. Oh, Scheiße. Ich habe überhaupt kein Pipimännchen mehr. Kommt wieder. So, nur noch zwei Minuten. Was? Jetzt noch zwei Minuten? Ich dachte, insgesamt zwei Minuten. Wenn es gar nicht mehr geht, einfach raus. Mein Wunderkörper wird zu einem riesigen Klumpen, habe ich so das Gefühl. Drei, zwei, eins. Fertig. Scheiß die Wand an, ey. Boah. Das ist das Krasseste, was ich je gemacht habe in meinem Leben, ey. Alter, wie Sie sich freuen, ey. Das wird gleich richtig super. Dann besprechen wir alle Ergebnisse. Ja. Ich würde mir mal was anziehen. Ja, bitte, bitte. Nimm das, Markus, was hier. Pole, Pole, Pole. Minus 110 Grad. Mic Drop. Dann schauen wir uns jetzt mal alle Ergebnisse zusammen an. Ich bin gespannt. Also, haben wir kurz besprochen. Da war ein grüner Bereich, ne? Gewicht, Fett, Muskelmasse, alles gut. Dann haben wir geguckt, okay, wir wissen, ne, laut Personalausweis, wie alt? 45? 46. So, wie alt sind sie wirklich? Das haben wir gemessen anhand der Elastizität der Arterien. Da war ich etwas erstaunt, denn es ist ein wenig schlecht ausgefallen. Scheiße. Ja, also, es entspricht einem Alter von 54. Und dann haben sie wahnsinnige 337. Ist gut. Muss man sagen. Ist der drittbeste Wert, den ich im ganzen Jahr in dieser Praxis hatte hier. Und das sagen Sie jetzt auch nicht nur bezogen auf die 54-Jährigen? Ne, gar nicht, gar nicht. Absolut gesehen. Also, wir haben mehrere hundert, die das machen im Jahr hier. Summa summarum, muss ich sagen, wären Sie für die Wok-WM extrem fit. Herr Profeta, das ist gut. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ja! 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 Da steht's! Da steht's! Biologisches Alter! 54! Leck mich am Arsch, ey! Was so ein paar Tüten Chips aus einem Menschen machen können. Ich fühle mich ein bisschen 100% enttäuscht. Ich gehe jetzt joggen, Herr Kurscheid, versprochen. Nochmal liebe Grüße. Sie können übrigens nur noch bis morgen 12 Uhr abstimmen, wer die Chance auf eine Wildcard für den World Wide Web VOC 2 hat. Also das heißt, App runterladen, da können Sie wählen, wer die Wildcard bekommt. Und der oder diejenige fährt dann mit.